Der 1. FC Köln in den weißen Trikots setzt seinen Erfolgsweg weiter unbeirrt fort. Gegen 1860 München waren die Rheinländer von Beginn an überlegen. Zählbaren Erfolg gab es zum ersten Mal nach 42 Minuten zu verzeichnen. 1 zu 0 durch Markus Kurth. Nach dem Seitenwechsel hatte Löwentrainer Werner Lohrandt aber noch erheblich mehr Grund zum Ärgern. Von seinen Stürmern nichts zu sehen und die Abwehr ließ sich ausspielen wie im Training. Nutznießer diesmal Achille Avelace zum 2 zu 0. In der 67. Minute erneut Verwirrung in der Hintermannschaft der Bayern. Dirk Lottner erhöhte mit seinem 8. Saisontor auf 3 zu 0. Spätestens jetzt gab es am 4. Sieg infolge der Mannschaft von Trainer Ewald Lienen keinen Zweifel mehr. Für den 4 zu 0 Endstand sorgte Christian Springer eine Viertelstunde vor Schluss. Der Sieg auch in dieser Höhe verdient, die Gastgeber einfach eine ganze Klasse besser. Nach missratenem Saisonstart läuft bei den Kölnern zur Zeit einfach alles rund.